Yo, YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zum ersten Video auf diesem Channel hier, Leute. Wie ihr sehen könnt, wir laufen hier schon einige Leute hinterher hier den ganzen Pauberger-Server am Start. Und zwar spielen wir auf Pauberger-Server, Leute, auf Minecraft, Leute, mit am Start sind Max, der hier sein eigenes Gebäude hat. Leute, komm mal, wie viele Leute hier vor Max einem Gebäude rumhängen, Leute. Hier, die schmeißt alle Sachen rein. Verdammt, ich wollte mir ein bisschen was klauen. Leute, ich glaube, hier ist Stani mit dabei. Und zwar haben wir hier so einen City-Belt-Server, Leute. Da sind unsere Grundstücke drauf. Und das Grundstück, wie ihr jetzt unten links sehen könnt, das ist Grundstückbesitzer Amir. Ah, Leute, ganz genau, das ist mein Grundstück, Leute. Und hier auf Craft Beer Channel werde ich versuchen, täglich Videos zu uploaden. Oh, ich habe mir mal ein Glas geschenkt, Leute. Dankeschön. Wir machen mal hier rein, Leute. Guck mal, wir haben auch ein bisschen Eisen-Dings dabei. So, das werden wir auch mal direkt anziehen hier. Zack, zack, zack. Dann ziehen wir das noch an, Leute. Und zwar geht es so, wir drücken einmal hier drauf, Leute, und gehen dann in die Farmwelt. Farmwelt 1, okay. Dann Premium-Farmwelt, spielen den seltensten Rang. Oh, Leute. Das heißt, wir können jetzt hier rein. Oh, nice, Leute. Okay, wir fliegen jetzt hier runter und landen dann in der Welt, wo wir jetzt farmen können, ja. Okay, wir haben leider aber kein Essen am Start. Das ist aber jetzt nicht so krass schlimm, Leute. Und wir landen, Leute. Okay, wir haben hier ein bisschen Holz, das schon mal ganz gut ist, Leute. Und zwar, ihr könnt alle kostenlos hier mit drauf spielen, Leute. Ganz genau. Ja, einfach auf den Discord-Joint vom Powerbagger Minecraft-Server. Ich werde das versuchen, das Ganze in der Videobeschreibung da zu lassen, dass ihr auch mitspielen könnt, Leute. Mal sagen, guck mal, wir bauen hier uns schon ein bisschen Holz ab, Leute, aber Holz ist natürlich jetzt nicht das Wichtigste, ne. Also klar, das brauchen wir uns mal gerade schnell, um vielleicht ein paar Tools noch gleich bauen zu können und so. Aber was wichtiger wäre, ist, Aua, hier runterzufallen. Ne, das ist nicht das Wichtigste. Oh, hier haben wir ein bisschen Kohle gefunden, Leute. Genau, hier müssen farmen, hier, Leute. Wir können hier unendlich lang spielen. Es ist nicht wie die YouTuber-Insel, wo wir nur eine Stunde lang Zeit haben am Tag. Nein, Leute, hier haben wir ganz viel Zeit, Leute. Und wir werden das natürlich auch ausnutzen, ja. Wir werden uns ein schönes Grundstück bauen, vielleicht coole Sachen. Wir werden vielleicht ein paar Challenges aufnehmen, Leute, ja. Mit euch zusammen Videos machen, das ist alles möglich. So, dann packen wir ganz kurz, so, packen wir ganz kurz. Machen wir hier alles so mit Licht noch voll, Leute, damit das schön Licht da da sind. Weil alles hier ziemlich dunkel ist, ne, aber das muss ja natürlich jetzt nicht jeder hier mit dunkel sehen. So, okay, das heißt, wir haben hier ein bisschen was am Start, Leute, was schon mal ganz gut ist. So, oh, hier ist eine Höhle, Leute. Hier ist eine Höhle. Und wisst ihr, was das heißt? So, Leute. Wie gesagt, das ist ein ganz neuer Channel hier, Leute. Deswegen, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Like da, abonnt ihr den Channel, und ihr wisst, wie der Hase läuft, ja. Hier wird ausschließlich Minecraft-Content kommen. Okay, hier ist ja nichts drin, Leute. Die Höhle war sehr, stopp, 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 nicht so gut. Oh, warte mal, hier geht's weiter. Hier geht's natürlich weiter, was schon mal ganz nice ist. Wir gucken ganz kurz, haben wir oben vielleicht irgendwas verpasst? Diamanten oder was weiß ich, Leute. Na, warte mal, kriegen wir auch EP hiervon? Ne, wir kriegen leider keine EP von, äh, Leute, von den lieben Herren. Puh, hier, Bronze, aber nicht schlimm, Leute. Wir werden das natürlich schaffen, Leute, genau. Also, wir versuchen auf jeden Fall hier ganz schön weit zu kommen, Leute. Vielleicht auch ein paar coolen Challenges zu machen mit Videos mit den Leuten. So, wir machen das mal hier erstmal alles weg, 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 weg. Okay, Kohle kann man immer gebrauchen, ja. Kohle kann man immer gebrauchen, Leute. Und wisst ihr, was wir doch machen, Leute? Ich werde mir so eine kleine Spendentruhe aufmachen. Und ich würde sagen, das habe ich mitbekommen bei Max, jeder, der mir einen Diamant schenkt, der wird im Video gegrüßt. So, sag ich euch so, wie es ist. Ich werde jeden Tag meine, meine Sachen anschauen. Und wenn dann, äh, ein Name, ein Diamant ist mit dem Namen, dann wird er im Video gegrüßt, Leute, ja. Machen wir ganz kurz Dinge, dann muss ich auch mal ein bisschen, ne. Dann, äh, Diamanten, Leute, das ist doch, he, he, das ist doch smart. So, okay, wir gehen mal ganz kurz hier durch. Zack. Okay, hier ist also jetzt leider noch nicht so viel. Schade, dass der Hunger uns auf die Nerven geht, ne. Oh, hier habe ich die erste Spinne schon gehört. Oh, Leute, okay. Ui, 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 ui. Das sind aber ziemlich viele böse Geräusche hier am Start. Also hier sind auf jeden Fall Dings am Start. Okay. Oh, 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 oh. Machen wir die mal ganz kurz weg hier, Minion. So. Ganz kurz mal hier seine Rolle lernen, der Paul Berger. So, okay, haben wir hier gut was gesammelt. Und das Gut hier ist doch, die sind nicht so viele, weil das so ein Premium-Farm-Server ist, wisst ihr. Oh, 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 oh. Alles gut, Brody, alles gut. Scht. Bleib da drin. He, he. Bleib aber da drin. Bleib da drin. Ich will keiner hier haben, mein Freund. So, ein bisschen Gravel gucken. Oh, Gravel kann man ja auch färben, ne. So, kann man alles mitnehmen. Die haben Feuerstein, Leute, die so ein Feuerzeug machen können. Das ist ja nicht so einfaches, Leute, ne. So, und dann gehen wir mal ganz kurz hier so rein. Zack, zack, zack. Okay. Ich würde sagen, wir versuchen mal ganz kurz mal zurückzugehen zu meinem Grundstück. Hier ist mein Grundstück, Leute. So sieht das ganze Hase aus. Jetzt haben wir hier ein bisschen Bruchstein-Dings. Kohle. Rubenholzbretter. Oh mein Gott, Leute, was ist denn hier los, Alter? Ist ja richtig am Ende, Leute. Ich schreibe mal ganz kurz Hallo in den Chat. Hallo, Leute. Okay, Leute, guck mal, das klappt doch. Boah, da schreibt einige Hallo zurück. Oha, Leute, da kommt die Ward-off-Hallo, seht ihr? Das sind alles Mitspieler hier. Hallo, Lambo-Karl. So, Leute, ihr könnt hier mit mitspielen, wie ihr wollt, ne. Also ihr braucht nicht mal nur ein PC. Da hast du dann die Premium-Welt wieder rein. Ich wünsche mir mit Handy, mit Switch, überall, wo es Minecraft gibt. So sieht es aus. Und wenn ihr das besitzt, dann könnt ihr mit uns mitzocken. Da komme ich immer an den gleichen Spot raus. Da sieht es so aus, ne. Aber hier, oh, hier sind schon mal Kühe. Sehr, sehr nice. So, wisst ihr, was wir machen mit den Kühen? Die müssen wir uns ganz kurz snacken. Die müssen wir uns leider ganz kurz snacken. Hier, tut mir leid, mein Großer. Es tut mir doch leid, Mann. Weint doch nicht, mein Freund. So, wir haben uns ein bisschen Holz wieder mit, Leute. Wir müssen ja bis zum Anfang farben, leider. So ist der ganze Hase. So läuft das auf einem Server. So, okay, dann machen wir mal ganz kurz hier ein bisschen was weg. So, so, so. Perfekt. So, dann gucken wir mal jetzt kurz hier unten, was hier unten abgeht. Wieder so, so. So, ich glaube, das ist keine richtige Dings hier, Leute. Leider, leider ist das hier nichts Ganzes und nichts Halbes, ne. Ja, ein bisschen Kohle holen wir mit, Leute. Das ist auch IP, die wir farmen können. Die brauchen wir dann später auch zum Verzaubern. Vielleicht machen wir mal so ein kleines Trip-Mining-Ding, Leute, ne. Also, ich bin natürlich über jede Spende auf dem Server hier bedanke ich mich natürlich. Also, wenn jemand ein paar Diamanten zu viel hat, ein bisschen Eisen. Das hilft mir ein bisschen. So, und dann gehen wir jetzt kurz hier hoch. Zack, 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 zack. Oh Gott, Leute, das ist halt wirklich viel. Und ich glaube, vielleicht wäre es auch gar nicht so doof, dass wir uns vielleicht ein paar Farben auf dem Server bauen. Vielleicht auf unserem Grundstück erstmal. Und dass wir uns später ein dickes, schönes Haus bauen. Aber das werden wir natürlich alles später noch abchecken müssen. So, wir gucken mal, was hier noch so schön... Aua. Okay, hier haben wir ein bisschen... Okay, krass, okay. Na, alle Sachen, die... Ah, okay. Das ist natürlich auch schlau, dass das alles gelöscht wird. So, okay, dann haben wir hier erstmal... Sand haben wir am Start, Leute, was ganz gut ist. Oh, wir haben hier Clay. Nice. Wir haben auch Clay hier. Also, das spricht so Lehmziegel und so ein Gröns. So, dann bauen wir das ganz kurz in Ruhe hier ab. So, zack, 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 zack. Oh, Leute, wir haben jetzt viel Sand. Wir haben sehr viel Sand, was schon mal gut ist, weil wir Glas bauen müssen oder so. Wisst ihr? Das hilft auf jeden Fall. Oh, das ist wie viel Sand hier ein Reiß, ne? Krass. Hätte ich nicht gedacht. Okay, dann bauen wir das ganz kurz hier noch ab. So. Ja, komm, gib mir das ganze Sand ab. Hier geben wir ein bisschen Clay ab. Hier ist auch noch ein bisschen Clay übrig. Zack, zack, zack. So, wir haben natürlich ein bisschen Dings mit... Oh, hier ist ein... Leute, hier ist ein Papagei. Oh, die Frage ist, kommt der mit in die andere Welt? Ich enthielt auf mein Grundstück hier. Erstmal machen wir natürlich ein bisschen Zuckerrohr mit. Ein bisschen Kakaobohnen machen. Wer holen wir mit, Leute? Ne? Vielleicht haben wir natürlich einen Kakaobohnenbaum. So. Ähm... Guck mal, jetzt holst du das mit. Krieg ich ihn gezähmt? Nein. Verdammt. Du bist aber mörrisch, du Hümmerkleiner. Was bist du so böse zu mir? Ja, gib das mal bitte hier auch mal wieder ein Seed oder so? Hätte ich einen mehr? Ich hab gerade... Ey, wie viel... Wie an Lucky bin ich denn gerade? Wenn du weggeflogen bist, rast ich aus. Ey, wie viel frisst der? Mann! Reicht doch langsam! Ey, er kippt nicht auf, ne? Also jetzt gehst du aber mir, Digga. Jetzt gehst du mir. Guck. Und... Ey! Blöde, ja. Nö, jetzt hab ich keinen Bock auf den Papagei, Leute. Sag ich euch so, wie es ist, Alter. Ich geb dem Essen ohne Ende. Weep, weep. Hör auf zu pfeifen, Mann. Blöd, Mann. Das war jetzt nicht nett von dem, Leute. Guck mal, wie lange wir jetzt hier gebraucht haben, dass der da mal einigermaßen auf uns zukommt. Oh, das ist wieder ganz viel Sand, Alter. Holy Macaroni, Alter. Ja, da ist schon zu viel Sand wieder. Das, meine Freunde, ist schon wieder viel zu viel Sand. Oh, warte mal. Hier ist eine Höhle, glaube ich, ne? Da müssen wir mal ganz kurz rüberschwimmen, Leute. Ui, 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 ui. Hier ist hier richtig eine Höhle am Start. Geil, da gehen wir direkt mal kurz hin. Und da werden wir mal abchecken, was da so abgeht. Oh, nein. Oder? Ja, aber es ist eine Unterwasserhöhle. Das heißt, ich bräuchte irgendwie... Ne, Leute, leider geht das nicht. Das ist eine Unterwasserhöhle hier. So. Aber wir können die erstmal so hoch. Oh, hier ist ein Schwein. Nehmen wir mit, Leute. Nehmen wir mit. Da können wir uns ein bisschen Essen kochen. So, Schweinefleisch. Okay, Haram eigentlich. Aber müssen wir uns mal ganz kurz mit zufrieden geben. Schön, dass wir jetzt hier Eisen finden würden, ne? Sag ich euch, hart auf hart. Warte, was ist denn hier? Hier leuchtet irgendwas. Ah, okay, das sind diese Pflanzen hier. So, komm, komm. Wir müssen hier hoch. Hier hoch. Ne, hier ist leider nichts. Wir machen jetzt ganz kurz ein paar Thronen hier hin. Wir müssen halt auch ein bisschen Cobblestone, ne? Haben wir? Ja, wir haben 26 Cobblestone. Das heißt, wir können uns gleich auch einen Ofen bauen. Oha! Direkt ein Spawner! Schwarzpulver, Gold, Sog 1. Okay, ein bisschen verrottetes Fleisch. Schallplatte. Okay, das heißt, wir haben hier... Okay. Das heißt, wir haben hier schon mal einen Spawner, was ganz gut ist. Ich muss ganz kurz das einmal abspeichern hier. Das ist dabei. Kurz ein Screenshot gemacht. Ne, warte mal. Jetzt, Leute. Jetzt haben wir ein Screenshot gemacht. Das, was wichtig ist. Damit ich im Bett weiß, wo der Spawner ist. Dann können wir hier unendlich farmen, Leute. Spawner ist immer nice, Leute. Dass ihr Bescheid wisst. Weil da können wir schön unsere Dings farmen. Na, warte mal. Oh, nein. Aua! 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 Mein Gott, war das gerade nervig. Uiuiui, Leute. Das hätte auch in die Hose gehen können. So, warte mal. Wir bauen uns erstmal ein paar Steinwerkzeuge, Leute. Würden wir diesen Eisenspitzhack erstmal nicht kaputt machen. Weil wir irgendwas Wertvolles finden. Und wir das brauchen, ne? Also haben wir jetzt ein bisschen Stein mit. So. Aua! Okay, easy. Easy, Leute. Das hier geht echt ganz easy. Da bauen wir alles schön ab. Zack, zack. Ach, Mann, jetzt soll ich da falsch abgebaut. Egal. Zack, 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 meine Friends. So ist das Leben doch schön, meine Freunde, oder? Einfach hier unlimited alles farmen, wie man Bock hat. So, bauen wir das hier kurz ab. Oh, Leute, wie viel Kohle wir auch hier wiederfinden, ne? Weil die Bisschen haben wir eine Zeit lang ein Kohleproblem gehabt. Aber jetzt, Leute, hier direkt am Anfang Kohle, ah, dann ohne Ende. Ohne Ende. So, da fahren wir ein bisschen ab hier. Äh. Oh, hier geht's ja weiter. Digga, wie groß ist das denn bitteschön hier? Mein Gott, Alter, okay. Aber ich frage, ich muss mich mal, das muss ich mal abchecken, Leute. Ich glaube, spawst man immer an der gleichen Stelle von der Farmwelt? Also da, wo man rausgegangen ist? Oder kommt man auch nach einer Zeit random an einem anderen Spot? Das wäre auch ganz interessant. Vielleicht uns dann ein bisschen so eine Welttour zu machen mit dem Boot. Ne? Und dann vielleicht irgendwo anders wo andere Höhlen sind, weil wir jederzeit wieder zurück zu unserem Grundstück können. Wie zum Beispiel. Oh, ich teste das mal. So. Ich gehe jetzt mal wieder zu meinem Grundstück. Okay, hier haben wir... Ah. Okay, weil, guck mal, jetzt gehen wir hier kurz zu die Truhe rein. So, aber erstmal, was wir machen müssen, ist, wir müssen eine kleine Werkbank bauen. So, Werkbank gebaut. Lassen wir ganz kurz da hin. Dann bauen wir natürlich einen Ofen. So, und dann machen wir uns mal ganz... Ne, Kohle brauchen wir nicht. Warte, wir haben ja genug Kohle. Äh, machen wir uns mal ganz kurz das Rindfleisch. Wir haben zwei Leder. So, wartet mal. Eins, zwei, drei. So, dann bauen wir hier ganz unsere Kaktus-Farm hin. Wir brauchen Wasser, ne? Wir bräuchten eigentlich ein Eimer Wasser. Boah, Leute, wie viele Leute... Ha, ha, ha. Wie viele Leute sind denn hier am Start? Wir den lieben ein Crymax, Alter. Holy Macaroni, Alter. Ach, du heilige Makrele, Leute. So, okay. Oh, ja, die kommen nicht mehr auf mein Grundstück drauf, ne? Oha, dankeschön. Dankeschön für das Bett. So, und dann haben wir hier ganz kurz ein Bett hingestellt. Haben wir Spawn-Punkting gemacht, falls wir sterben sollten. So, okay, das ist schon mal... Aber ich brauche übrigens so einen Trichter, Leute, damit die Leute mir hier was reinschmeißen können. Und dann, ey, habe ich hier schön alles da. Warte, ich mache das jetzt nochmal so. So, dann brauchen wir einmal noch eine Truhe. Okay, perfekt, perfekt, Leute. So, oh, Max hat sich hier schon mal so ein Haus gebaut. Ich verstehe, ja. Das sieht eigentlich ganz schön aus, muss ich mal sagen. Oh, ich habe kein... Ey, ich habe ja... Ihr habt ja gar keine Rechte, die gibt zum Reingehen. Aber ich glaube, die Rechte kriege ich ja noch. So, wir gehen jetzt kurz hier hoch. Aha, aha. Okay, das ist Max sein Haus. Okay, Leute, wir werden auf jeden Fall ein schöneres bauen. Wir werden uns auf jeden Fall ein schöneres bauen. Wir werden uns auf jeden Fall ein schöneres bauen. So, okay, wir haben jetzt hier ein bisschen Fleisch gekocht. So, das müssen wir auch gleich mitteln. Oh, ja, wir haben einen Wassereimer dazu bekommen. Geil. Oh, wie nice. Oh, Leute. Ey, ich will dir hier voll geschenkt. Dankeschön. Oh, Eisen, nice. Wir haben Eisen bekommen, Leute. Dankeschön. Aber hier, LuigiTV, Luca und Yamato. Dankeschön, Leute, dass ihr mir ein paar Geschenke gemacht habt. Sehr, sehr, sehr nett. Oh, 24 Brote, Alter. Was soll ich damit anfangen, Leute? Okay, langsam reicht. Ich will jetzt nicht so viel schenken, meine Freunde. Dass ihr da Bescheid wisst. Wir haben doch ein bisschen was für euch. Aber jetzt können wir noch ganz kurz die Zuckerrohr-Farm machen. Ja, die hat einfach den Study-Skin. Wie geil. Da hat einfach jemand den Study-Skin. Oh ja, ich. Da ist jetzt die Frage. Reicht das Wasser oder brauche ich schon endlich Wasser? Ne. Ah, ich dachte schon. So. Da ist jetzt die Frage. Kann ich jetzt hier. Ja, das reicht schon. Okay, ich glaube, das reicht. Dann setzen wir das mal ganz kurz hier um, Leute. Dann können wir auch schon direkt Zuckerrohr auf ein bisschen farm. Dankeschön, meine Freunde. Dankeschön, Dankeschön, Gucci-Gang. Ihr wisst, wie der Hase läuft. So, dann haben wir hier ein Zuckerrohr. Perfekt, Leute. Dann wollen wir eine kleine Zuckerrohr-Farm. Äh, 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 äh. Ey, die Jungs sind doch lustig, Alter. Ja, reicht doch. Reicht, reicht. Oha, wie viel Essen die mir alle schenken, hä? Ja, reicht. Reicht doch. Oha. Ich muss einfach hier stehen bleiben und werde einfach reich. Ah, ah, ah. Er soll mit wieder alles auf. Oh, Dankeschön. Reicht, reicht. Ich danke euch. Ich danke euch. So, warte mal. Wir müssen uns wieder die Truhe tun, Alter. Weil sonst haben wir zu viel von allem. Hochstein. Da, das. Da haben wir das. Erde. Sand. Müssen wir auch mal wieder ein bisschen hier reintun. Oha, Emerald. Oh, Dankeschön. Maxi Season. Und danke dir auch, Mate, Jonas. Und oha. Oha, ey, reicht. Oha, oha. Oha, ist ja gut. So, Leute. Wir müssen uns überlegen, hier ein dickes Haus zu bauen mit unterirdischem Eingang, wo die ganzen Farmen reinkommen. Ja, Kaktus-Farm, Schleim-Farm, alles Mögliche. So, Leute. Ich bin, ich bin wieder weg, ne? Äh, ich bin wieder weg, meine Freunde. Oh mein Gott, Alter. Betrauf. Betrauf. Ich hecke mir zu viel. Ich hecke mir zu viel, Leute. Ich hecke mir viel zu viel. So. Egal, Brot haben wir am Start. So, jetzt müssen wir ganz kurz den, hier, den ganzen Müll mal hier reintun. Okay. Haben wir hier auch schon eine Eisenspitzhacke wieder bekommen. Weizenkörner haben wir auch. Oha. Ja, ist okay, Jungs. Ist okay. Reicht, reicht, reicht. So, wir gehen in die Farmwelt. Ja, wir gehen in die Farmwelt, Leute. Wir müssen wieder in die Farmwelt gehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hinfliegen werden. Oha, okay, 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 okay. Wir sind an einem anderen Spot dieses Mal, ne? Wir sind dieses Mal an einem anderen Spot. Eigentlich würde es auch voll schön aussehen. Was denn? Das ist ganz normale Erde. Also, guck mal, guck mal, wie wir schnell alles farmen können. Wir müssen auf jeden Fall auch noch eine schöne Mauer um unser Dings bauen. Da findet auch kein Weg dran vorbei. So. Okay, da haben wir hier jetzt einiges, haben wir uns rübergeholtet. Guck mal, wie Bambus wir haben. Also, es wird auf jeden Fall, wir werden sehr viel farmen müssen, Leute. Und ich würde auch sagen, Leute, so spielt man den Server, ja? Also, ihr geht auf euer Grundstück. Ihr holt euch ein Grundstück. Ich hoffe, das macht ihr beide hier. Ihr geht, äh... Also, ich gehe mal ganz kurz zurück zu meinem Grundstück. Dann gehen wir hier drauf und ein Grundstück. Und dann kann man hier, ne? So, fertig, das Grundstück sich geben lassen. Das oben links hingehen. Dann kann man sich immer hier wieder rüber porten. Zu meinem Grundstück. Neues Grundstück. Freund hinzufügen. Was kann man hier? Freund hinzufügen. Oh, jetzt habe ich irgendwie mir hinzugefügt, Leute. Beim Grundstück. Äh, Freund entfernen. Mal kurz. Bei Crymax. So. Ich werde gar nicht mehr bei dir bauen, Leute. Ganz genau. Guck mal, ich kann Max hinzufügen und so. Da können wir vielleicht was lustige Challenges bauen, Leute. Vielleicht baue ich eine kleine Kampfarena auch hier hin, dass Leute dann hinkommen können. Ich gebe den Permission, hier reinzukommen. Und dann gibt es einen dicken, fetten Fight, Leute. Aber ich würde sagen, das war es gewesen mit dem Video, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, abonniere die Glocke klicken. Ihr könnt den ganzen Tag reinjoinen, indem ihr den Discord joinet, Leute. Und dann kriegt ihr die IP-Tour und alles weitere in der Videobeschreibung. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like da, abonniere den Channel. Tschö, mit Ö.